So, jo, hier sind die Bahnumstricher, wir starten jetzt dick durch mit unserem YouTube-Channel hier, machen hier ein Pro-Gameplay gerade, ich gucke gerade die Pros zu, wir sind ja auch ein bisschen, wir sind 20, 20, wir haben ein bisschen random am Start hier noch ein, nicht professionell hier, aber wir haben das geilste Headshot, Headshot, da fällt mir auf, wir nehmen noch gar kein Gameplay auf, so, jetzt nehmen wir auf, haben wir instant 30 FPS, ist natürlich richtig geil, was macht der da, Digga, die Brille ist richtig geil, die haben auf jeden Fall alle kein Leben, heute waren wir in Berlin, liebe Leute, richtig geil, viel gekauft, haben wir, sind wir, wisst ihr, da gehst du, wirst du einkaufen, kommst wieder mit nichts, lustig, ne, ja man, das war auf jeden Fall, ich denke ab jetzt, so ab dem Moment jetzt, werdet ihr mich mögen, ja, wir sind sehr, richtig lustig, geil, immer einen dopen Shit, Alter, fresh, fresh on so, fresh, ich denke, ihr seid jetzt erstmal geflasht, so, ja, von unserem Skill, von unserem Commentator-Skill, wir seid jetzt nicht hier so die fettesten Kinder, bei den PC-Soppen, ja, also wir machen so CSGO-Scheiß hier, ne, Oh ja, voll Scheiße, Alter, voll Whack, Tigger, voll Whack, ich bin auch voller Pro, und dann machen wir so paar Sachen, machen wir ein paar Giveaways, könnt ihr mit Keys senden und so ne Scheiße, und dann krieg ich Geld von euch, ich gebe euch dafür nichts, ich krieg 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 nichts, hier sehen wir uns, hier sehen wir den geilen Sticker, ja, ich möchte jetzt reden, ähm, tschüss, ja, also haut rein,